Das ist das Kristallsalz. Das gibt es ebenfalls wie das Halitsalz in drei verschiedenen Ausführungen. Zum einen, das natürlich super schön aussieht auf einem Tisch mit einer Salzmühle, das Granulat, das so leicht rötlich ist. Zu dem komme ich dann ganz schnell. Dann haben wir das feine Salz, das man zum Salzen von jeglichen Speisen oder zum Herstellen von Gewürzsalz mit Rosmarin und was auch immer, je nachdem was dir beliebt. Und hier natürlich die Brocken, wo man Salzsohlen herstellen kann. Ich habe hier zwei Brocken drin. Der rechte Brocken ist Kristallsalz und der linke Brocken ist Halitsalz. Die Roséfarbe, die man hier sieht, die rötlichen Bereiche, kommt aus dem natürlich vorhandenen Eisennerz. Das Salz an sich hat 97,5% Natriumchlorid drin, stammt aus Pakistan, wird dort in zwei verschiedenen Arten abbauen. Zum einen durch Aussohlung. Das heisst, man lässt Salzwasser in Bohrungen rein und fördert es so. Oder man bohrt es zum Beispiel, wenn es möglich ist. Und bei der Aussohlung gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man, falls es irgendwo unrein sein sollte, noch irgendwelche Einschlüsse hätte oder so, kann man es gleich noch ein wenig reinigen. Und es wird dann entsprechend an der Sonne trocknet. Das heisst, da gibt es nicht irgendeine Trocknungshofe oder so, sondern es wird in Pakistan direkt an der Sonne trocknet und dort dann auch entsprechend gemahlen, entweder zum Granulat oder zum feinen Salz. Diese Brocken sind deswegen auch ein wenig eckiger. Das heisst, nicht so wie zum Beispiel die vom Halit-Salz. Die sind auch ein wenig spitziger. Und ja, man kann natürlich auch das Salz nutzen für verschiedene Speisen. Der Preis ist genau gleich wie auch beim Halit-Salz. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass natürlich ein Eisenerz drin ist und deswegen halt eben noch so etwas rötlich dargestellt wird und vielleicht auf dem Tisch noch ein bisschen besser aussieht.